Liebe B&Wler, dass B&W die Nummer 1 im Markt ist, das ist bekannt. Aber das liegt nicht daran, dass wir nur ein tolles Marketing machen, sondern es liegt daran, dass Sie mit richtig, richtig viel Herzblut an den Themen dran sind und für unsere Kunden den bestmöglichen Job machen. Das wollen wir den Menschen auf der größten Messe unserer Branche in Berlin zeigen. Der Calls at the World. Mit Ihrer Hilfe. Ja, greifen Sie noch heute zur Kamera und drehen Sie einen tollen Videoclip. Zeigen Sie das B&W, das wir Herz haben. Ob Sie das mit der Handycam machen oder mit schwerem Geschütz. Oder einen ganz verrückten Ort aufsuchen. Oder eine verrückte Mütze aufsetzen. Wichtig ist, dass wir zeigen, dass das, was wir tun, mit Herzblut gemacht wird. Und deswegen freue ich mich ganz herzlich auf Ihre Beiträge.